Greta. In diesem Buch geht es um Greta, die die letzten Tage der Sommerferien in einem verwunschenen Haus an einem See verbringen soll. Ihre Mutter hat ihre langjährige Freundin, die hatten sich seit Jahren aus den Augen verloren, aber jetzt haben sie wieder Kontakt zueinander aufgenommen, wiedergefunden. Jella. Und Jella lebt in einem kleinen Haus an einem See und dort wollen sie die letzten Tage der Ferien verbringen. Jella hat zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Mehr weiß Greta gar nicht darüber. Jetzt machen sie sich von Hamburg auf mit dem Zug und es dauert eine halbe Ewigkeit, bis sie an diesem Ort ankommen, in dem Jella das Haus am See besitzt. Dort werden sie in Empfang genommen von Jella und von einem Jungen und einem Mädchen. Der Junge ist ein bisschen älter als Greta selbst, das ist Jona. Und Jamila ist die etwas jüngere Tochter von Jella. Sie ist ein bisschen jünger als Greta. Und beide sind People of Color. Sie sind beide schwarz. Denn der Vater von den beiden Kindern ist ein Bürgermeister in Kenia, mit dem Jella viele Jahre zusammen verheiratet war. Und sie sind eigentlich erst vor einem Jahr aus Kenia wieder zurück nach Deutschland gekommen. All das weiß Greta am Anfang gar nicht. Was sie weiß ist, dass sie Jona total zauberhaft findet und dass Jamila ihr Herz im Sturm erobert. Leider gestaltet sich der Urlaub doch ein bisschen anders, als sie eigentlich gedacht hat. Denn Jona scheint in der Dorfgemeinschaft ein bisschen auch mit ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen zu haben. Was am Anfang Greta erst gar nicht verstehen kann, da sie in Hamburg natürlich Multikulti aufwächst und das völlig egal ist, was für eine Hautfarbe jemand hat. Dort auf dem verschlafenen kleinen Dörfchen scheint aber genau das von großer Bedeutung zu sein. Wie es aber Greta doch gelingt, einen unglaublich schönen Abschluss des Sommers zu finden, das müsst ihr selber lesen. Viel Spaß damit.